Hey Leute, Seine ist wieder am Start und heute zeigen wir das Game Gravewood High. Das Game ist ein Horrorgame und ich dachte mir, da ich jetzt die Facecam angemacht habe... Hey Leute! ...macht es Sinn, irgendwas zu spielen, wo man halt irgendwie meine Reaktionen sieht. Also spielen wir jetzt Gravewood High. Das ist so ein Horrorgame, das gerade in der zweiten Alpha ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Okay, wake up. Okay, wir sind anscheinend eingeschlafen in der Schule. Sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Klassenzimmer. Kann doch nicht viel machen. Door ist locked. Okay. Oh, da ist was Geheimes. Kann ich das nehmen? Grab the key to the storage room. Wo ist denn der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Okay, hier. Muss ich irgendwie rankommen. Okay. Ich check's nicht. Ach, da oben. Oh mein Gott. We'll jump to climb. Okay. Ah, hab ihn. Das ist ziemlich unschillig. Ne, da gehe ich nicht hin. Wir gehen da hin. Kann ich jetzt... Ah. Äh. Okay. Okay. Oh, ja. Have to pick an item. Vorher soll ich das wissen? 1, 2, 3. Ist falsch. Ah. Okay. 3, 8, 5. Okay, okay. 3, 8, 5. Okay, ja. Was ist das eigentlich? Oh. Okay. Collect tree artifacts. Red orbs. Aber der chillt doch da, oder nicht? War der nicht gerade noch da? Okay. Tree red orbs. Hier war einer. Ah. Mit dem Hammer können wir das kaputt machen. Kann ich da durch? Alter, ziemlich chillig hier. Kann ich hier wohnen? Kann ich hier bleiben? Wo ist denn der dritte, rote Orbs? Ich habe ja einen Hammer bekommen. Vielleicht muss ich irgendwie Sachen kaputt machen. Ey, immer diese Sounds, ne? Oh, ich muss das Puzzle hier lösen, oder? Ah, das ist eine Karte. Okay, wir machen die Weltkarte fertig. Kann ich das nehmen? Ja. Es kommt... Da oben hin. Ja, das ist richtig. Ah, da war's. Genau. Kann ich das so rausziehen? Ja. Okay, sehr gut. Zack. Okay. Okay, das sind Schulkameraden, oder was? Oha. Was ist das? Pick Artifact. Smash the door. Geh. Okay. Also eigentlich will ich auch gar nicht weiter so... ...so... ...so... ...aufzeige lehme ich so... ...so rein. Jetzt habe ich so irgendwas zu bringen. Okay. Oh mein Gott. So much room 2. Okay. Also es geht darum, dass wir... ...einfach Rätsel in den Clusts mal... ...lösen. Destroy 100 Pumpkins. Okay, ich muss alle... ...Pumpkins kaputt machen. 100? Das sind halt... ...viel zu viele, aber okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten. So, ne? Ah. Use the hammer to smash things. Ja. Das ist mir bewusst. Oh, kann ich die mitnehmen? Oh, Taschenlampe. Sehr wichtig. Kann ich da hoch? Oh, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich muss 100 Pumpkins kaputt machen. Aber in dem Klassenzimmer hier waren einfach nur... ...keine Ahnung, 10. Geht's hier auch irgendwo raus? Ah, da. Ich kann hier aber auch raus, denke ich. Ja. Ja, ja, ja. Aha. Pick Item. Oh mein Gott, Alter. Ah, ich werde die Box nehmen. Ich will den in der Hand haben, dann fühle ich mich sicher. Oh nein. Weißt du was? Ich mache die Pumpkins hier einfach kaputt. Das soll schon gehen. Egal. Dann sind halt die Lichter aus. Ja, das geht schon. Das gefällt mir gerade gar nicht. War da gerade eine Taschenlampe? Okay. Okay. Kann ich hier durch? Nein. Ich muss doch hier rein können. Pff. Ah, geh einfach raus. Da leuchtet auch was. Äh. Okay. Oh ja, hier ist Pumpkin. Da chillt auch jemand. Ich möchte eigentlich nicht durch. Oh, das sind Überwachungskameras. Okay. Das ist nicht gut. Das heißt, wir gehen. Das heißt, wir gehen. Ja. Wir gehen weg. Wir gehen weg. Wir laufen. Wir laufen. Wir laufen. Ich höre hin. Okay. Ich gehe wieder durchs Loch. Und diesmal versuche ich nicht fotografiert zu werden. Waren hier nicht gerade die Lichter noch an? Und jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Los, lockt. Kann ich dich nicht aufmachen? Ich habe doch die Karte. F. Ich habe die Karte nicht mehr. War das der chillt, der da? War der gerade da hinten? Der war doch da gerade, oder? Oh, ja. Da ist er. Das ist nicht gut. Gehen wir hier weg. Bitte. Oh, es geht. Tür schließen. Und jetzt hier hin. Oh, ja. Oh, natefakt. Destruction. Jetzt kann ich irgendwas kaputt machen. Die Frage ist nur, kann ich ihn damit angreifen? Den Typen. Okay, wenn die Kamera gleich weg ist, kann ich einmal den Kürbis hier holen. Und andererseits. Und dort. Oh, Gott. Ah, nee. Das ist jetzt wieder was anderes. Ich bin in einem anderen Klassenzimmer. Hä? Ist der einmal das meint? Okay. Aber jetzt bin ich in einem anderen Klassenzimmer. Jetzt bin ich ganz woanders. Wir gehen mal hier in den Wend rein. Ein bisschen auf Among Us-Phasis. Ich muss halt da hin. 43 Meter. Ja dann. Let's go, oder? Muss ich nicht da hin? Da hin muss ich. Ich gehe da gerade aber weg. Ist nicht gut. Okay, ich glaube da vorne ist eine Wache. Zumindest bewegt sich der Schatten so ein bisschen. Ich muss eigentlich nach vorne. Kann ich da durchlaufen? Okay, ich kann mich salven. Okay, das ist gut. Das ist gut. 12 Meter, 11 Meter. Kommen wir mal näher. So. Okay, der Raum ist gleich da vorne. Schaffe ich das? Ich muss eigentlich laufen. Komm, 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 komm. Aufwand, aufwand, aufwand. Warum geht's nicht auf? Oh, nein. Okay. Okay, okay. Wenn ich jetzt wieder im ersten Raum, wo ich angefangen habe. Achso, jetzt habe ich eine andere Quest. Find the key to the staff room. Check the English classroom. Hä? Habe ich hier überhaupt ein Ziel oder so? Ich weiß ja doch einfach nicht, was ich machen muss. Um hier jetzt zu gewinnen oder das durchzuspielen. Oder weiß ich nicht. Okay, egal. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Alter, wo bin ich hier? Ist doch keine Schule mehr. Norigami. Alter, bin ich jetzt im Prison Break oder was? 累uho coses. Ciao. Ja. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht für ein paar Deborah.